Ja ok, das mit dem Booster war nicht witzig, das mit dem Starte-Deck war nicht witzig, meine April-Scherze sind nicht witzig. Als Entschädigung kriegt ihr noch einen Booster heute und zwar Pokémon Schwert und Schild Flammende Finsternis. Zehn zusätzliche Spielkarten, da sind nur zehn Karten drin. Schnapp sie dir alle. Ich habe seit acht, neun Jahren kein Pokémon-Booster mehr aufgemacht und davor waren es irgendwie 15 Jahre nicht. Ja, gucken wir uns das Ganze mal an. Ja, wer gerechnet hat, weiß, dass das nicht ganz funktioniert. Aber ich habe schon ewig keine Pokémon-Booster mehr aufgemacht. Ja genau, hier ist so ein Code drin, damit ihr euch den eintragt, soll ich das zuhalten. Und jetzt gucken wir uns an, was wir haben. Wir haben Gelatini, 6 Mana, äh 6 Mana. Alter, 60 KP, what the fuck. Rückzugkosten, die Karten sind mittlerweile selbst am Schwäche, ist normal mal zwei, hat keine Resistenzen und hat gefriert, man wirft eine Münze. Und da ist ein Pokémon-Eintrag. Da ist das Kamm-Symbol, da ist das Editions-Symbol und da ist nochmal Pokémon-Eintrag. So unterschiedlich sind die gar nicht. Mollimon, das sieht aus wie ne 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 ne, ich sag's nicht. Uh, Klepti-Fuchs. Oh mein Gott, Klepti-Fuchs ist super süß. Kann nur Rundschlag. Aber oh mein Gott, Klepti-Fuchs ist süß. Schnudel! What the fuck? Ich kenn die neuen Pokémon natürlich auch nicht. Also ich hab davon genau noch null Pokémon bisher gesehen. Das eine ist ein fucking Eis, das andere ist ein Fuchs. Und das hier ist ne ne Muschel. Mal wieder. Aber ne Pflanzenmuschel. Schnecke? Ist das ne Schnecke? Ich hab keine Ahne. Lavita, den kenn ich. Oh mein Gott, ein Pokémon, das ich kenne. Das hab ich sogar selber benutzt im Pokémon Run. Für die Leute, die es nicht wissen, ich hab mal einen Let's Play Channel gehabt. Okay, das sieht komisch aus. Hippopotas. Ah, das ist ein Hippo. Ich dachte die ganze Zeit nach den Augen. Aber hier oben sind die Augen, das sind die Nasenlöcher. Mein Gott, das ist aber ein dickes Hippo. Okay. Ah, das Ding ist das Ding ist Foil. Das sieht man nur nicht. Tricke Phalon. Alter, das viele KP. Finsterböse. Lieb ich auf, während deines Suisses kannst du Pokémon von deiner Hand ab. Oh, das ist ziemlich stark. Pechschwänge. Ich weiß nicht, ob das cool ist. Feuerenergie. Feuerenergie. Versteck-Wasserenergie? Was? Okay. Ah, das sind die Uncums dahinter. Okay. Okay, das ist die Weiterentwicklung der Nu-Nu. Okay. Äh, ja. Pokémon. Cool. Ich hab keine Ahnung, ob das Ding was wert ist. Oder hier diese Foil. Aber die Foil ist ne, kann man... Dementsprechend wahrscheinlich nicht. Es tut mir leid. Ich glaube, ich schicke euch noch ein Video hoch, wo ihr mal ein anständiges Booster habt. Tut mir leid. Ich bin ganz schlecht im 1. April-Scherze. Und dementsprechend bekommt ihr das heute. Ne Menge schlechte April-Scherze. Euer Blackshead. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.